Ja, wir sind zurück! Oh! Ein Brief? Aber wer schickt ihm denn einen Brief? Okay. Okay. Vielleicht macht sie sich Sorgen. Ich meine, natürlich macht sie sich Sorgen. Twilight ist verschwunden. Wo auch immer der ist. Gibt's hier irgendwas? Wird ja nichts Neues sein, nehme ich an. Joa, das ist alles nichts Neues. Aber zur Sicherheit noch einmal klicken. Okay. Gut, dann reden wir mit dem Chef. Weil es ist eh niemand da. Was ist denn? Ja... Naja, also wir wissen schon was. Aber wir dürfen es nicht erzählen. Nein. Kurumi-chan auch. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Danke. Dann... Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ah, schönen Platz nehmen. So, deswegen sind sie so deprimiert. Ich denke mir die ganze Zeit schon, warum sind sie so drauf? Ich meine so... Ähm... Irgendwie habe ich das komplett ausgeblendet. Ach, das wird schon nichts passieren. Ähm... Ähm... Vielleicht ist die Kurumi, die Wendy so... Sie fühlt sich schuldig, weil sie ja gesagt hat, lass uns zum CEO gehen und wenn wir es nicht gemacht hätten, dann hätten wir nie erfahren von diesem Geheimlabor, dass er reingehen könnte. Und... Es war wirklich... Es war wirklich... Es war sehr gut. Ich glaube, ich habe es sehr gut. Ich bin... Ich bin... Es war sehr gut. Und... Es hat sich ein bisschen ein Erinnerungsverlust. Es ist sehr gut. Ja, genau. Dann... Du hast mich nicht mehr überrascht. Du kannst nicht mehr überraschend sein, wenn du es nicht mehr überraschst. Es ist eher nicht mehr überraschend sein, wenn du es nicht mehr überraschst. Ja, manchmal wäre es schon schön, wenn wir manche Erinnerungen vergessen könnten, aber es ist ja eine Tatsache, dass uns diese Dinge auch formen. Unsere Vergangenheit ist ja Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Äh, er nicht. Er sieht so gut, das ist schon so traurig. Ja. Ich finde es aber komisch, ich meine, es gibt ja, wie war das, es gibt nicht viele, die eine Pforte entwickeln oder haben, nicht wahr? Und ich bin so, du kannst ja trotzdem als Detektiv arbeiten, ich meine. Du musst ja nicht unbedingt den Vorteil haben. Natürlich ist das, wie gesagt, halt ein Vorteil oder halt cool, keine Ahnung, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Na toll, er hat eine voll traurige Vergangenheitsgeschichte. Was ist das? Ich bin nur ein Einwander, ich bin nur ein Einwander. Aber ich habe mich nicht verloren. Ich habe mich nicht verloren. Ich habe mich nicht verloren. Ich habe mich, bis Sie kommen, und ich bin nur ein Wander. Ich bin wirklich unvergültig. Wie ist es? Ich bin zusammen, das Land zu helfen! Alles. Hat er gerade gesagt. Das hast du nicht zu. Jetzt bricht die Tür auf. Oh, großartig, großartig, sehr gut. Oh, okay. Oh, okay. Nein, ich doch nicht. Niemals. Als ob ich irgendwann je übertrieben hätte. Was macht er denn da? Er schreibt ganz wichtig. Er schaut sich die Bilder an. Mit dem Zeigefinger nach rechts und dann wieder nach links und dann wird weitergeschrieben. Ähm, Chef, was ist los? Oh, gut. Tetsuni. Hey, hey, was ist das? Ja. Der springt vorm Stuhl, wenn wir ihm das sagen. Er ist so, äh, Juma. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Wir sind doch Kumpels, wir sind Freunde. Angeblich. Also, woher geht es? Okay. Und wir sitzen wieder. Herr, ich glaube auch. Oh, okay. Oh, das ist ja. Ach, ich bin der Herr Kuhl. Hm? Was ist das? Ich habe etwas überrascht, also, wenn ich mich überrascht, kann ich mich überraschieren? Jetzt? Wenn du morgen machst, dann geht's? Nein, nein, ich bin schnell. Entschuldigung, ich bin. Wee. Oh, hey. Ja. Hör, hör! Kurumi-chan! Was ist das denn? Woh, Bikusha! Livia! Wie lange bist du da? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Was ist denn jetzt? Er ist... woher... Yuma? Er ist... Yuma? Er hat etwas zu schauen, und er hat mich überrascht. Hm... Genau. Das ist... Um... Um... Ok... Haha... Huh? Oh... Was? Ist ja klar, dass der Typ, den ich am meisten mag... was gegen uns hat. Das ist eh logisch. Es sind immer die falschen, die ich mir aussuche. Wir wissen ja noch nicht, was jetzt als nächstes passiert. Also... Vielleicht haben wir ja Glück. Was ist mit dir? Was ist das? Wieso? Ein Brief! Was ist denn jetzt schon wieder? Es wäre schön, wenn die Leute bisher mit mir reden würden. Es geht ja um mich! Ja, klar. Es wird schon nichts passieren. Ok. Klar! Oh! Falsche Richtung! Soll ich mich einfach porten? Ey man! Wieso nicht? Warum sollte ich nicht? Hinfort! So... Wir sind da! Wir sind da! Ich bin noch nicht gekommen. Ich bin noch nicht in einem Auto. Ich bin noch nicht in einem Auto. Ich bin noch in einem Rotary. Ja, aber zuerst schaue ich mich weiter überall um... und sammle ein, was ich einsammeln kann. Und ich kann da nicht durchlaufen. Eh. Logisch. Natürlich. Hätte ich mir denken müssen. Mein Fehler. Wo sind wir denn hin da drüben? Ok. Was ist das? Sieht aus wie arme Terraso-Containers. Sie müssen von außerhalb des Kanai-Bezirks hereingebracht worden sein. Sie sind voller Leichen! Was? Zumindest hoffe ich das! Tja! Sag das nicht! Gut. 10 Punkte. Alles nehmen wir mit. Wer die da oben wohl aufgehängt hat, ne? So traurig. So viel Platz hier. So viel verschwendet der Platz. So, hallo? Das ist die Kanal-Station. Wie du sehen kannst, ist es eine einsame Station oder Fahrgäste. Wegen dieses Terroranschlags kommen nicht einmal mehr die Leute aus der Stadt hierher. Aha. So, da wird sich nichts geändert haben. Okay. Gut. So, da drüben. Da ist ein Auto. Da hinten. Ich sehe ein Auto. Ei, da drüben die Stadt. So schräg die Rohre. Was ist das denn? Aber parallel verlaufen sie zueinander. Vielleicht ist es das Auto? Ich kann ja zuerst... Da ist ein Bankerl. Das haben wir aber schon mal angeschaut. Stylische Bank. Wegen des Sitzes, die man drauf... Jo, okay. Das haben wir uns schon mal angeschaut. Ich wünschte, wir könnten da in die Mitte gehen zu diesem... Okay. Es ist ein Regenschirm, aus dem Wasser spritzt. Auch cool. Ach, schau mal. Cool. So. Was ist der los? Sehe ich ihn ja. Er sitzt tatsächlich da drinnen. Beide Hände fest am Steuer? So gehört sich das? Achso. Na, dann muss ich ja mal speichern vorher. Moment. Gut. Jetzt können wir weitermachen. Und dabei haben wir nicht mal eine Uhr. Das Lenkrad ist bei uns auf der linken Seite. Warum ist denn das auf der rechten Seite hier? Sind japanische Autos so gebaut? Bist du da rechts? Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich interessiere mich nicht für die. Alles, was vier Räder hat und fährt, ist ein Auto. Eine Kutsche ist ein Auto. Wie war es denn? Was hat noch vier Räder? Ein Bagger. Ein Auto. Gibt es keinen Unterschied für mich. Es fährt. Mit einem Motor. Eine Kutsche fährt zwar nicht mit Motor, sondern mit Pferden. oder was auch immer. Aber... Naja, du hast gesagt, ich komme vielleicht nie wieder zurück. Also... Ja. Es fährt aber smooth, das Auto. Glaubst du, Cabrios verkaufen sich in dieser Stadt gut? Ganz tolle Cutscene. Dreifacher Daumen nach oben. Für die 20 Sekunden. Na, wow. Dann zwei Ladebildschirme. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Naja, sicher. Verdammt. Ich wollte es sehen. Das ist ein sehr fünffaches Türschloss, oder was? Nein! Steck aus. Hi. Was soll ich sonst sagen? Wenn ich Nein sage, was passiert dann? Ah, naja. Wir fahren trotzdem weiter. Da, scheiße. What the fuck? Schon wieder ein Ladebildschirme? Was ist denn das? Gut, der war kürzer, aber trotzdem. Wow. Das ist ja riesig hier. Sieht aus wie eine Polizeistation mit dem Logo, oder? Danke. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, so zu tun. Fühlt sich an wie ein Cyberpunk. Ah. Ja, um die Ecke geht. Schön im 90 Grad Winkel. Mein Gesicht ist doch... Okay, wenn irgendwer fragt, bin ich dann Sekretär. Ja. Okay, jetzt gehen sie ein bisschen schräg. Er geht übrigens automatisch jetzt gerade. Ich kann mich nur umschauen mit der Kamera. Er hat den Mut auf... Von daher... Deswegen gehen sie so ein bisschen merkwürdig. Falls es euch unnatürlich erscheint, ich bin nicht schuld. Restricted Area? Der Aufzug ist die Restricted Area? Okay. Oder führt der Aufzug legit nur zu einem Bereich und das ist die Restricted Area? Es sollte. Es sollte. Naja, wir wären nicht leicht reingekommen, wenn er nicht die Tür aufgemacht hätte. Ich zähle auf dich. Okay. Über Makoto, über die Friedenswächter, über ihn. Na ja, wie gesagt, er hat bis jetzt nichts getan, deswegen ich ihm nicht vertraue, aber ich vertraue ihm trotzdem nicht, ich weiß nicht. Es ist so, ja, verstehst? Ich bin so, ich bin noch sehr offen dir gegenüber. Bora, Bora. Wirklich? Ich bin so, ich bin kein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich habe drei Jahre lang, ich habe mich mit einem Schwerpunkt gearbeitet, und dann habe ich ein bisschen zu verabschiedet. Ich habe mich auf den Schwerpunkt gebetetet, und ich habe mich auf die Schuld, dass ich mich auf die Schuld erinnere. Das ist wirklich? Ich habe etwas wie ein Schwerpunkt zu verabschiedet. Natürlich, das ist wirklich. Das ist so, wie soll ich das? Das ist so, wie soll ich das? Ich bin wirklich nicht darüber gesprochen. Ich weiß, dass ich es auch nicht mehr überlebt und weiß. Das ist so, wie soll ich das? Ich glaube, ich bin ein Mensch, das ist nicht so. Ich glaube, das war so. Ich dachte, dass ich hier ein paar Jahre bin. Na ja, wenn ich ein paar Jahre bin, dann kann ich auch ein paar Jahre sein. Ich weiß, dass ich ein paar Jahre bin. Ich weiß, dass ich hier ein paar Jahre bin. Was soll ich erzählen? Das ist so. Ich weiß nicht, was ich hier bin. Was ist das Thema in diesem Ort? Nun, das ist im Namen inbegriffen, denke ich mal. Das fällt mir ein, in der Videospielbranche passiert das ja auch. Da gab es irgendwelche Hacker, die irgendein Spiel geleakt haben, weil sie nicht bezahlt worden sind. Und ich denke mir nur so, okay, das ist super. Also die Hacker sind da und ich bin so, voll scheiße für die Entwickler. Ueska! Aha. Oh Gott. Das ist das, was in diesem Weltkrieg der größten Fertigste. Es gibt nur noch keine Lust. Was ist das? Es ist noch nicht so, dass die Anmaterasienste, die sich mit dem Anmaterasien befinden. Ich weiß nicht, ob ich das was, was ich weiß nicht. Wenn ich das, was das ist, dann kann ich nicht. So was. Siehst, deswegen habe ich ja gesagt, selbst als CEO kannst du nicht immer alles wissen, was vor sich geht, weil sich die Leute teilweise selbstständig machen. Jetzt kommen wir eh nicht mehr um. Jetzt sind wir schon da. Der Typ hat auch viele Geheimnisse, vor allem bei manchen Dingen ist es so, sagt er wirklich die Wahrheit, manche Dinge erwähnt er, aber du hörst ja nichts darüber, so was er halt die Errungenschaft zum Beispiel. Ja, die sind ja irgendwie wieder eine autonome Geschichte, gell? Doch, sehr gut, wie Brüder, wir treffen uns jeden Sonntag zum Lunch. Ja, kein Wunder, dass er dich nicht leiden kann. Dieser Aufzug fährt aber ganz schön lange in den Untergrund. Ja? 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 Ja, auf jeden Fall apply. Ja? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt innere Machtkämpfe bei der Amaterasu offensichtlich. Und die ganze Stadt ist im Arsch und dann kommt noch die WDO dazu. Das ist alles ein bisschen sehr instabil. Ja, da kommt auf jeden Fall noch was. Das Schlimmste? Was könnte das Schlimmste sein? Sehr schön. Ich bin ein sehr guter Mann. Ich bin nicht sicher. Oder ich will einen Schlimmste. Ich würde gerne einen Schlimmste schlafen. Ich würde gerne einen Schlimmste schlafen. Nein, das ist alles gut. Dann geht's, ich mache es. Ja, die Maske. Oh Gott, was ist denn hier? Ist jemand gestorben? Na, beruhig dich erst einmal. Na, einfach mal fragen. Sir, warten Sie. Ich habe mich erschreckt. Chef, Ihr treuer Sekretär muss sich doch darum kümmern, Informationen zu erhalten. Nicht Sie. Ich mochte es doch schon. Chef! Oh Gott, ist jemand gestorben? Oh, okay. Na, das ist ja nicht so schlimm. Eheh, es Prüze. Näääh. Es ist so, dass es so ist. Hm? Es ist so, dass es so ist, dass es so ist. Aber es ist so, dass wir in diesem Zeitpunkt einen neuen Geist. Wer... Äh... Übrigens... Ihm... In den Tipps kommt immer wieder auch ein... Jetzt ein neuer Tipp über irgendeinen... Serienmörder... Der im Kanal bezüglich seinen Umwesen treibt. Scheiße... Ich dachte wir spazieren hier einfach rein, untersuchen, ein bisschen gehen wieder. Ich habe aber nur Pech, okay? Äh... 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 Die Luft ist ja zum Zerreißen gespannt hier. Äh... 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 Ich meine, das Charisma kann ich nicht sagen, aber... Er kommandiert ja nicht drum. Er hat ja nur was angeboten. Er hat ja nur was angeboten. Er hat ja nur was angeboten. Er hat ja gerade gesagt, Krab... Also Crab oder... Er hat ja nur was angeboten. Er hat ja nur was angeboten. Äh... Oh Gott! Er hat ja nur was angeboten. 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 Hhhh... Hm... Hm... Hmm... ...mhm... Hmhm... Hmhm... Wie ein Mädchen nach einem neuen Haarschnitt. Er versteht die Frauen wirklich. Meine Güte. Okay. Schlag mich bitte nicht. Das war jetzt aber wirklich unterste Schublade. Du Frecher. Du. Einfach da. Nein, aber du schon. Ich darf mich um einen Killer kümmern. Ja, das ist immerhin etwas. Wieso gerate ich immer in solche Situationen? Das ist sicher nicht so. Aber... Ich glaube, ich glaube, ich würde sagen, ich würde mich um die Forschung zu bewegen. Hurra! 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 Ich wiederhole es noch einmal. Er hat bis jetzt nichts getan, weswegen wir... Aber ich bin eben auch noch immer vorsichtig mit ihm. Bis jetzt und nach meiner Erfahrung werde ich immer verarscht. Von euren.